und dann hole ich mir das als nächstes ein drachenschild und dann kämpfen wir gegen den drachenkönig und er lernt danach ein paar drachen skills also wir werden drachen lords habe ich mich jetzt spontan entschieden ich glaube wir haben auch das meiste schon gesehen also es gibt man kann priester werden magier hexen was kann man denn noch werden ach so ja wandler also ja man kann sich halt man kann lernen wie man sich in tiere verwandt geräuschkulisse ist so laut dass mich schon wieder nicht ich werde wieder zurück Oh. Food. Ein paar Bananen. Und einfach ein bisschen Casa Leaf. So. Dann verkaufe ich mir ein paar Sachen. Hier ein Plate Armor. Hier ein Barbaren Schwert. Ähm, was gibt's denn noch? Den Gift Schwert und den Gift Deutsch behalte ich erstmal. Den Hammer. Weg damit. Wutenschleim. Braucht auch keiner. Diamanten. Wir bringen den Diamanten. Ein bisschen was. Aber ne, die verkau ich erstmal nicht. Ich spare die mal. Für spätere Sachen. So. Achja, Speicher nicht vergessen. Dann geh ich mal ein paar Golems farm hin. Oh Gott, mein Bein schlägt grad ein. Mein Bein sagt Ciao. Ähm. Komm ich da irgendwie heil vorbei? Jo. Ja, die Schlangen. Ich hab ja letztens über Schlangen geredet, ne. auch mal. Also ja, die sind zwar faszinierend, aber ich finde scheiße, dass sie giftig sind, ne. Das ist das Blöde. Aufpassen, dass sie mich hier nicht vergiften. Gut, noch ein Plate Armor. Amor. Also ein Teller Rüstung, ne. Plate heißt ja, ist ja englisch und heißt Teller. Und Amor heißt Rüstung. Also eine Teller Rüstung. Es wird seine Porzellan Rüstung. So, ich heil mal kurz den guten Jack Sparrow. Ähm. Nein. Das wollte ich nicht. Alicia war schon voll. Gut, das Goldfarben dürfte nicht so lange dauern. Wir haben ja schon 11.000. Da bräuchten wir nur so ungefähr 5, 6 Plate Armor. Amoren. Also Teller Rüstungen. Gut, der Jack ist jetzt auch voll. Mit Alkohol, ne. So. Ist der andere Golem schon wieder da? Jupp. Und dann kann ich ja mal zwischen den 2 Golems hier hin und der gehen. So, noch ein Plate Armor. Und wie haben wir denn jetzt? Ähm. Kann man das irgendwo sehen? Star Plate Armor. 4 Stück. Nevermind. Ich sammle noch 3 und dann ähm. Geht's wieder zurück. So. Noch 2. 2. Und jetzt noch einen. Und dann haben wir es hinter uns. Misty hat's erwischt. Okay. Noch einen. Ja. Man merkt, dass Jacks Deutsch ziemlich stark ist, weil dieser Kampf gerade hat echt lange gedauert. so länger als normalerweise. Ja komm, dich nehm ich auch noch mit auf den Rückweg. Boah, die Schlange wieder. High Speed. Okay. Level Up. Für den auch immer. Ja. Da hat's schon den zweiten erwischt. Komischerweise ist auf dem Rückweg hier sind die auf dem. Ja. Ne. Habt ihr genau verstanden, was ich gerade gesagt habe. Ne, was sagen wollte auf dem Rückwegs verschwinden die Monster irgendwie auf diesem. ähm. Bebiet hier. In dieser Gegend. Das ist merkwürdig. Ist das ein Bug? Oder ein Spiel Feature? So. Drachen Schild, wir kommen. Blumen. Und hier nochmal 3.000. Ne, hat sich voll gelohnt. Und die Diamanten haben wir immer noch. Dann ein Dachenschild. und Leben, dann mein Schild für den guten Devin und wer ist hier noch tot, der Jack. Ja gut, dann zurück ins Hotel, beiseite ich mir ein paar Bananen noch kaufen, 40, das muss auf jeden Fall für den Drachenkönig reichen, also wenn nicht dann, ja gut, der hat uns das letzte Mal mit einem Schlag gehauen, also den, ja, alle vier glaube ich, ne? Ne, Moment, das geht ja gar nicht, mit einem Schlag alle vier, ich glaube nur einer war im Leben.